Justin, so still. Ich habe auch eine kurze Pause gemacht. Das habe ich aus dem Spiel raus und da gibt es auch keinen Sound. Und es stand ja auch da oben, kurze Pause. Deswegen ist es so still. Wo wollte ich jetzt hin? Raku Sorgen, historische Entdeckung, das Archiv. Was machen wir als erstes? Zu sinkenden Stadt, wir gehen zum Grünfall als erstes. Ja, aber Darko hätte doch reden können, oder? Der mutet sich schon mal, wenn ich weg bin. Der unterhält den Zuschauer nicht. Ist ein schlechter Moderator. Er war selbst weg. Als Mod muss er da sein, wenn ich weg bin. Nur wenn was passiert. Es sind meine fünf Zuschauer. Und ein aktiver, das ist Justin. Da gab es nichts. Wie um alles in der Welt. Ich habe einen Holocon, aber ich weiß nicht, wie ich da rankomme. Ja, erst mal einen Screenshot machen und dann mir schicken, bitte. Oder mach erst mal nur einen Screenshot und schick es mir dann später. Irgendwann auf den Auflagen gehen. Das ist eigentlich theoretisch... Die republikanische Neusiedlungszone ganz im Norden. Wow, mach bitte den Screenshot doch von Darko. Äh, sehe ich auch so. Ja. Ich muss mit Darko sein, ich wollte das mal ganz schlafen hier oben auf Twitch. Der lässt sich vor allem auf Minecraft-Zo aber nicht von mir ärgern. Das ist voll fies. Ich habe hier reingestellt. Ey, es geht schlimmer, Darko. Das gestern, das war noch Kindergarten. Also ich kann echt aus schlimmer nerven. Ähm, was ist das dort? Verlorener Steinhügel, okay. Äh... Ich muss sowieso zu dem Steinhügel. Ich muss sowieso zu dem Steinhügel. Ach ja... Ich muss sowieso zu reden. Ich muss sowieso... 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 Wir sind gerettet. Ein Uber-Weltler hat uns Zugang zum Werk meiner Großväter verschafft. Endlich haben wir wieder einen Ort, an dem wir aus dieser unterdrückerischen Stadt entkommen können und den Gesetzen, die uns unter ihr festhalten. Ein Ort, an dem wir atmen können. Ich nerve nicht immer nur, wenn mir langweilig ist, Justin. Das ist auf dem Minecraft-Server momentan stark der Fall. Weil wir eine Quest fertig machen müssen, damit wir überhaupt weiterkommen und alle anderen Quests haben wir schon fertig. Wir hätten uns nebenbei wirklich um die Singularity kümmern sollen. Und nicht erst zum Schluss. Das Archiv, bla bla bla, wo ich, wenn ich ehrlich bin, man konnte es auch nur zur Hälfte sich vorher kümmern, weil einerseits die Questreihe mit dem Extended Crafting und so weiter ist erst gekommen, oder konnten wir es machen, als da das andere fertig ist. Man hätte aber die Singularities halt die Sachen soweit schon vorbereiten können, dass man die hintereinander weg die Items zu Singularity machen können. Ich persönlich wusste, bevor Extended Crafting eine Quest war, gar nicht, dass es Singularities gibt in diesem Modback. Also Extended Crafting beinhaltet die Singularities, Darko? Ja, erst als ich das gesehen habe. Ich wusste nicht mal, dass die Mod drauf ist. Erst als ich das als Quest gesehen habe, wusste ich, ah, die Mod drauf ist. Man kommt sich das Questbuch als erstes durch, bevor man anfängt. Ich glaube, es läuft mir dann an, wenn es die Questung kommt. Ach, nein. Ich wollte sowieso mal kommen. Heute echt so gar nichts mehr, sondern nur dazu. Dunkel 2 erfordert das, okay. Ähm, wir gehen erstmal hier runter. Aus Fehlern lernt man, ja. Ich habe schon gesagt, beim nächsten Modpack, ähm, was ich, was wir zocken, was ich streame. Da werden wir nicht zusammen, sondern halt gegeneinander spielen. Das wird ein schönes, großes Pack werden. Ich werde immer wieder ein bisschenitausf 아이�erinnen undcel. wrapped exkript er mit in diesem Fall Hierherherherherherherh! Und wahrscheinlichはい urgently achten wir uns zu Hause! Ich werde einfach hierherherherherherherhh! Und wahrscheinlich nur ciertlich Vil público ruft denudeln! Du Crafts Tradelord, ähm, zu 작은 Kích und wenn wir das Essen jeder auf seinen ribs Homex- Greenkirporicher measure halten. Und nun die Sóher- April셨ória, ist auf jakim leben. Da komm ich nicht hoch. Da muss ich anders sein, aber wie? Ich seh's im Augen noch, das weiß ich jetzt schon. Was muss ich hier zu machen? Ich muss da hin. Erkunde das Taris Archiv. Alter, ich dachte schon, wir wären angegriffen, weil die Lichtscher sind. Was ist das? Zum Eingang zurück, ja. Okay. Das hier ist Sperrgebiet. Es hat seit 111.325 Tagen kein unerlaubtes Eindringen mehr gegeben. Bitte weisen Sie sich aus, um einzutreten. Bewachst du diesen Ort schon seit 300 Jahren? Das ist korrekt. Ja. Als das Archiv aktiviert wurde, wurden alle Mitglieder der amtierenden Regierung dort eingeschlossen. Ich habe keine Informationen bezüglich ihrer Nachfolger. Dieser Ort ist schon seit 300 Jahren in Ödland. Es gibt keine Regierung mehr. Ah, dann werde ich meine Programme aktualisieren. Meine Anweisung in diesem Fall ist es, nur Repräsentanten der Galaktischen Republik Einlass zu gewähren. Sind Sie das? Ich bin ein Mitglied des Ordens der Jedi und der Galaktischen Republik. Ausgezeichnet. Willkommen im Archiv von Taris. Da kommt man nirgendwo raus. Das ist groß. Hey, hier sind ganz viele Han-Solos. Dies ist die letzte amtierende Regierung von Taris, sowie Repräsentanten jedes wichtigen Wissenschafts- und Gewerbezweiges. Es war ihr letzter Wille, aufgetaut zu werden, wenn Taris wieder in die Welt der Republik fällt. Hier sind Daten zu allen enthaltenen Personen. Ich werde ganz bestimmt nicht versagen. Meine Programmierungsanweisungen sind enden hier. Kann ja sein, dass man sie nur mit einer bestimmten Klasse erreichen kann. Ich weiß, ich bin mit meinem Latein echt bald am Ende. Hab echt keine Ahnung. So. Okay, ich habe jetzt ganz viele... Ähm... In Karbonit eingefrorener Han-Solos gesehen. Ja. Kann ich hier drinnen den Gleiter benutzen? Nee, natürlich nicht. Häh! Bleib hier fasch! Oh, ich habe es geschafft. Kira, wo bleibst du? Da bist du. Ähm... Jetzt muss ich... ...hier lang... ...und dann den Gang lang geradeaus. Okay. Jetzt muss ich sehen, ob hier irgendeine... ... äh... Bonusaufgabe mit dabei ist. Erledigt die und die oder das und das. Das nervt... ... 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 schade aber hier gab es auch nichts oder da ist noch was wo geht es dahin transportstation 5 verborgener außenposten okay wo geht es dahin abgelegenes feldlabor da rein naja ich sehe später mal anschauen ich habe echt keine ahnung ob ich da nicht mal zusammen kommen soll wer auch immer das hört weiß es sicher bereits doch da es wurde angegriffen die ober- und unterstadt wurden zerstört wir haben das gelobte land gefunden doch wir können nirgendwo hin zurückkehren wenn wir nur früher hergekommen wären das gelobte land ist die allererste siedlung auf tares sie war vor der direkten bombardierung geschützt doch die erschütterungen haben jedes gebäude und jeden generator zerstört die noch übrig waren wir müssen von vorn anfangen aber wenigstens haben wir überlebt die rakkuhle zehre noch immer von den toten doch wenn kein fleisch mehr übrig ist werden sie anfangen zu jagen so das war der zweite da geradeaus zugesperrt da komme ich also nicht hin dann kann ich hier weiter gehen da 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 Ach doch, hier, 4 von 3, ok. Oh, was ist das für ein Helm? Infanterieschutzhelm von Balmor. Alter, das ist besser als Eindieb. Aber Schnelligkeit verliere ich, nee. Nee, 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 äh, hier ist der nächste Stein. Wir trauern heute um Rokil, der uns aus der Unterstadt in das gelobte Land geführt hat. Wir haben Speer überall auf Taris, um nach weiteren Überlebenden zu suchen. Sie haben uns verbannt und uns ihre Türen versperrt. Doch nun begraben wir unsere Toten in der Asche ihrer Hochhäuser. Wie Rokil uns sagte, ist es kein leichtes Leben. Unsere Kinder werden in einer Welt mit Speeren und Bögen aufwachsen, nicht mit Blastern und Raumschiffen. Es ist meine Würde, unsere Erinnerungen zu erhalten. Einst waren wir Verstoßene. Einst waren wir die Gelobten. Jetzt sind wir Taris. Ja, und da ist dann der letzte. Ich verlor Stein. Ähm, ich muss noch irgendeinen roten wegüberladen. Gnadenloser Tunnel, Rokil. Von da bin ich gekommen. Hier muss ich lang. Hier ist es – Schießt die Partei im rollen in kein Hammer. Wiere Sie seine Vater unter? Dann wird er. Ich hoffe, das ist der Riecht. Zerstöre das Waffennager und bringe die Reißzähne der Rakula an dich. Sollte machbar sein. Da oben kämpft irgendjemand. Da oben kämpft. Ah, dann wäre es ein paar Riechen. Ziemlich. Ich hab nur Kronn, ich hab nur Kronn, ich hab nur Kronn, und du? Äh, und wo? Äh, Transportstation 5. Was? Keine Ahnung wo das ist. Äh, ich muss mal kurz ins Stream gucken. Ich klicke das mal ganz kurz an. Äh, was hab ich denn jetzt bekommen? Ich hab keinen Zugriff auf das Datenholocon. Das hab ich nicht gelesen, was ich bekomme. Bist du im Stream? Ja, ich bin im Stream. Ähm, das ist die Quest historische Entdeckung. Ähm, da kommst du ja rein. Kannst du einmal die große Weltkarte unten rechts einmal kurz anklicken. Ich weiß nicht, wie groß die vierte Zürcher des Streams ist. Ach, da oben. Okay. Aber ich bin hier noch lange nicht. Ich hab oben links in der Karte eins im Deck, aber da komm ich wieder an. Ja, schick mir doch mal den Screenshot. Da kann ich dann gleich reingucken, ob ich hiermit da bin. Wo ist denn? Wo finde ich denn? Wo finde ich denn Bilder bei Steam? Oh, 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 oh. Die Rakule vermehren sich. In der Unterstadt erreichten sie das nur, indem sie uns infizierten. Doch jetzt werden es jeden Tag mehr. Wir verlieren Leute an sie. Jedes Jahr ein paar. Aber nur als Nahrung. Das Serum, das der Oberwäldler brachte, war wirksam. Wir werden nicht krank. Doch nun ist das Serum aufgebraucht. Vier Kinder wurden geboren, die nicht immunisiert werden konnten. Alles Jungen. Wir werden sie nicht für immer beschützen können. Wir brauchen unsere volle Stärke, um den Stamm zu verteidigen. Vielleicht wurde die Immunität vererbt. Vielleicht müssen wir uns nicht sorgen, dass ein Biss oder Kratzer unsere Kinder gegen uns wenden wird. Vielleicht muss ich keine Angst um meinen Sohn haben. Ich finde den fünften Stein über. Oh, ich hab's dir verschickt. Ich hab das jetzt noch Kerem gewartet, hab ich bekommen. Oh, oh, oh. Bild kopieren. Eingeschritten. Gibt's da nicht welche? Irgendwas? Hä? Jetzt hab ich ne Nachricht bekommen. Okay, da ist noch alles zu. Okay, da ist noch alles zu. Keine Sorge. Erst bist du in fünf. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ohhhhhhh, zu einer Wand gewesen. Aber eins verstehe ich jetzt nicht. Letzter Teil. Ach, da unten muss ich hin wegen der... Ah, okay. Kämpfen wir uns einmal nochmal hier durch. Was bringt eigentlich so ein Rackgul-Dings hier? Steht nicht da? Wow. Wow. Das war's für heute. Du hast ja ganz schön auf mich warten lassen, Kira. Das war's für heute. Ich kann die Viecher langsam nicht mehr sehen. Die Jacke des Sack-The-Rangers von Salus noch irgendwas. Okay. 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 Das war's für heute. Hey! Zerstör das Waffenlager, historische Entdeckung. Nein, natürlich muss ich hier kämpfen. Ah, steckt das Glückschirr dahin. Kommt man hier nicht? Doch, kommt man. Keine Sorge. Wir haben vergessen. Ich bin die Erinnerung. Ich habe Rukils Aufzeichnungen. Ich weiß, dass es einst eine Stadt gab. Ich weiß, dass eine Stadt aus vielen Häusern besteht. Aus vielen Leuten. Das weiß nur ich. Jetzt sind nur noch wir übrig. Wir bekommen keine Kinder mehr. Die alten Aufzeichnungen sprechen davon, dass es an der toxischen Strahlung liegt. Wir nannten das hier einst das gelobte Land. Doch das war eine Lüge. Es ist unser Grab. Das war's für heute. Das hier oben sieht verdächtig aus. Nix. Okay, ich bin wieder frei. Ich bin einfach easy. Holy shit! Aber was für ein Viecher, es kam auf jeden Fall aus der Wand geprescht. Ich brauche Gorn, ich suche. Der einzige, der sich melden würde, wäre Olaf. Das ist aber der größte Feigling in dem Spiel. Aber ein geiler Feigling teilweise. Ja, das Problem ist nur, wir sterben dann immer, während er sich ins Fäustchen lacht. Und CO2 spielt es ja nicht mehr. Seit dem vorletzten Update, wo die das mit dem Licht eingebaut haben, dass du halt erst wirklich Generator anschalten musst, damit überhaupt die Maschinen von uns funktionieren, hat er ja keinen Bock mehr und kein Interesse an dem Spiel. Was ich irgendwie kacke finde, weil es kann nicht immer nur nach der Nase der Spieler gehen. Ich würde halt gerne wirklich diese zwei mysteriösen Geister herausfinden. Ich weiß nicht, ob Tyrox hier auch besitzt oder besitzt. Ich denke mal, Tyrox hätte da bestimmt auch noch Bock drauf. Und Kado? Der besitzt das auf jeden Fall nicht, das weiß ich. Ich habe ihn ja in der Freundesliste bei Steam und da sieht man, was er für Spieler besitzt. Der besitzt doch nur zwei oder drei Spieler. The Forest, Rocket League, Among Us. Das war's glaube ich sogar schon. Wo ist Forrest und Kado zusammen mal zocken? Das macht bestimmt auch Bock. Damals waren wir ja... Oh Gott, wer waren wir denn alle? Der Typ mit M. Tyrox... Äh... Cassie... Oh Gott, wer war denn noch mit dabei? Wo war ich? Tyrox... Cassie... Der andere Typ... Waren wir nur zu viert? Oder waren wir zu fünft? Und dann kamen wir noch der Typ mit S dazu. Der hat mein Auto geschrocken können. Der war ein einziges Mal da und das war. Zum Haus schrocken. Hä? Zum Haus schrocken. Äh... Äh... Ne... Er wusste ja nicht, dass Gebäude Damage an war. Zu dem Zeitpunkt, er hat Bäume in der Base gefällt. Und... Ja... Zumal man nicht die Bäume außerhalb fällt und nicht in der Base. Aber gut. Äh... Der war eh einmal da, danach wieder. Ja... Das war's dann. Ja... Mir wurde schon gesagt, dass ihr kommt. Konntet ihr im Archiv etwas finden? Anscheinend dachte die alte tarisianische Regierung, dass es am besten wäre, wenn sie selbst konserviert wird. Selbst konserviert? Meint ihr das etwa... Wörtlich? Das ist erstaunlich. Da arbeiten wir die ganze Zeit mit alten Aufzeichnungen und Druiden und der Schlüssel zur Geschichte des Planeten ist genau hier. Hoi! Eine Quest abgegeben! Man mag's kaum glauben. Warten Sie die Handlung zu Vorschlägen ab. Sie sind Einsatzberein. Kehren Sie auf Ihrem Posten zurück. Ja, ja, ich bin's ja noch nicht. So, warte mal. Du hast gesagt, links oben. Da kann man aber nichts aufdecken. Schau dir einfach das Screen an. Okay, äh, dann tapp ich mal kurz raus. Wer müsste man das eigentlich besser erklären können? Das ist... Aber... Wo ist das denn, bitte schön? Das kann ja nur hier sein. Ja, du hättest die große Map aufmachen müssen. Du hast so die kleine Map, das ist dir bewusst, ne? Auf dem Screenshot. Und dafür halt der Hinweis links oben. Ne, rechts unten siehst du auch die große Map klein gemacht. Dass du ungefähr weißt, wo ich... Bin. Das ist dann dort... Da... Das... Wenn ich da nämlich die große Map gescreenshot hätte, wärst du in einem riesen Areal... ...verloren gewesen. Mal noch mal noch. Das ist dann eigentlich soweit esgehend am Anfang. Gut... Ähm... Ich muss aber hier noch was machen, denke ich. Ich finde die Rohlaufzeichnung... Nein... Ich hab zwei Quests... äh, äh, zwei oder drei Quests... Ich will jetzt erstmal loswerden, ja! Bevor ich irgendwas anderes mache... Äh... Ich kann sowieso nicht nur bei meiner Festmutter machen. Da sind die Idioten, die die ganze Zeit... Wollte mich jetzt echt verarschen. Doch komm mir nicht mal lang! Ah... Das ist es halt... Wenn man ein Online-Spiel spielt... Es gibt immer irgendwelche, die eben was wegschnappen. Wo kann ich hier was abgeben? Ne... Ich grüße Sie! Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Gehen wir mal auf die Suche nach dem Holocron... Habe ich eigentlich schon auf Typhon alle... Ne, auf Typhon hatte ich gar keins gefunden... Ne, eins hatte ich gar keins gefunden... Ne, eins hatte ich gefunden... Auf... nur eins... Wo ich dann die Befürchtung hatte... Ich komme dort nicht mehr weg... Und Typhon müssten eigentlich auch noch welche sein... Muss ich irgendwann mal zum Fliegen... Hä, wo fliegt der dann lang? Oh nö... Da sind schon wieder zehn Quests aufgeploppt... Ich habe auch noch elf Stücke... Also elf Negen-Quest-Bull gesagt... Da habe ich nur neune zum Glück... Aber ich habe zwei... Ich habe schon wieder zwei auf Plop gesehen... Was ich am schlimmsten finde... Ist mit den Leuten die ganze Zeit zu quatschen... Ich will jetzt einerseits nicht überspringen... Weil es doch teilweise interessant ist... Andererseits... Undererseits ist es absolut nervig... Überspringst du den? Ne... Ne... Wahrscheinlich auch nicht... Ich überspringe gar nichts... Äh... Ich... Ich verdiene mir zusammen zu reißen... Da hätt ich ja schon die Hälfte fertig... Denke ich mal... Wenn ich alles überspringe oder... Hm... Da kann ich ne Quest abgeben... Ne Quest abgeben... Yay... So... Dort gab's denn... Nix... Nur Erfahrung... Äh... C... Gefährdet... Deins hat... 77 Rüstung... 10 Beherrschung... 14 Ausdauer... Ähm... Kira... Zieh mal bitte das an... Und den da... Na Gott... Da sieht sie grotten hässlich aus... Ey... Die kriegt so ein Stirn am Band... Das reicht... Ähm... Das ist hier oben... Okay... Kannst du mir ungefähr beschreiben... Wo genau das Holocon ist... Nicht dass ich da... 10 Mal wo vorbeifahre... Dass das vielleicht irgendwo hoch... Oder tief gelegen ist... Ah... Es ist hoch gelegen... Ich öffne auch gleich nochmal deinen Stream... Um es die... Dauer zu zeigen... Es ist... Das ist aber... Es ist eigentlich... Wenn man da runter plumpst... Nenn ich's fast schon... Du bist ja irgendwo... Also du bist jetzt auch im Weg dahin... Ja... Wenn du den Weg dahin fährst... Ich weiß nicht von welcher Seite du kommst... Dann ähm... Musst du den Weg erstmal ganz normal lang... Und irgendwann... Eigentlich dich die ganze Zeit rechts halten... Und irgendwann kommst du runter... Nur halt so erhöht... Dass ich... Keine Jump'n'Run... Oder sonst was Möglichkeit gefunden habe... Diese Beschreibung... Hilft mir null weiter Darko... Komm da erstmal hin... Wenn du glaubst du bist da... Dann schau ich nochmal ins Stream... Und nutzt dich richtig... Okay? Ah... Ich hab auf jeden Fall grad das Gebiet aufgedeckt... So... Ähm... Tunnel... Wie gesagt... Am Wasserrohr... Wie gesagt... Wir können ja auch nochmal Bescheid sagen... Hast du jetzt hoch oder tief gelegen gesagt? Tief gelegen... Dann kannst du... Im Grunde eigentlich... Mal gucken... Ja klar... Ich fahr hier grad so'n Ding runter... Das du ganz unten auf dem Boden bist... Ich weiß natürlich nicht wie groß die Verzüge ist... Äh... Bin ich schon... Bin ich schon... Bin ich schon... Okay... Einfach weiter gucken... Hier geht's nämlich... Noch weiter runter... Yeah... Eigentlich möglich zum tiefsten Punkt dort... Ach... Ach... Ich seh's... Ich hab so ne riesen Verzögerung bei dem Stream... Mal aktualisieren... Das wird geil... Er ist gejoint... Da oben... Okay... Ah ja... Genau da oben... Und da... Weiß ich echt... Bei aller Liebe nicht wie ich da ankomme... Ja... Natürlich steht hier im Plan Kuhl bereit... Wirst du mich verarschen... Komm... Komm mal... Wo... Noo... Äh... Darüber! Aber ich muss dort auf jeden Fall ... Hier rutscht man Ur O Und! Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist hinter der Wand, auf jeden Fall. Okay, hier geht's nett lang. Okay. 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 Jetzt guck ich erstmal hier oben, ob ich vielleicht hier noch hinzu oder sehe. Aber anscheinend nicht. Okay. 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 mit dem Rohr entlang. Hier runter. Da ist es. Ich seh's. Ich seh's. Ich seh's. Einmal hier runter. Du kriegst aber ordentlich Damage, wenn du da holen willst. Das ist mir ja eigentlich egal. Ich hab halt echt einfach keinen. Ich hab echt keinen Weg dahin gefunden. Du musst über ein Viertel der Map rennen. Ja. Beherrschungsattribut schon wieder. Kann es sein, dass das eh eine Rote mir Gornschutz gegeben hat, weil das vielleicht nur für Sif war? Ähm, die Sif finden wir nicht. Die Sif-Rollocons. Ja, das war aber halt rot und irgendwie, keine Ahnung, naja. Ähm, wenn's rot war, hast du einen Matrix-Splitter bekommen. Ah, okay. Ähm. Nächstes Problem. Das kümmern wir mal zu mal. Überlebe ich das? Oh. Ja. Also, ich hab's geschafft. Wir ungefähr erklären, wie. Ich kann mir das ja superbildlich vorstellen, wo das ist. Ich war da ja schon mal. Boah, da muss ich den ganzen Kack jetzt auch mal machen, ne? Boah, Alter. Ja. Wenn du den Kack sowieso noch mal machen musst, da warte. Kannst du doch ja schon mal warten. Ich glaube, da wäre ja schon noch ein bisschen. Ja, da geh ich gleich noch hoch im ersten Mal. Ich bin eh fünf Stunden gerade auf Stream. Ja. Man zieht sich ja, ähm, per Punkt auf den Dings mike. Auf der Gage. Ja. fahr ich jetzt kurz dahin, wo man hochgeht, jetzt muss ich gerade selber noch mal nutzen, wo es war. Ich kann dir so viel sagen, ich stehe bei einem roten, äh, roten, bei einem toten Baum. Gut, dann mache ich eine kurze Pause, warte ich auf den Darko und lass dir Zeit, das dauert ja ein bisschen. Ja. Okay, cool.